Wir reden in der Avenue Q. Da haste ein Schnitzel. Wir kommen in der Avenue Q. Ich bin Kate Monster. Ich mach gerade eine Ausbildung zur Kindergärtnerin in der Avenue Q. Ich lebe uns alle gleich auf den Gitarstschuh zu. Es ist kaum, doch wir stehen dazu. Ich nehm die Ressourcen, lass es sich immer kieh. Das heißt, dass wir den Gärtnern passen. Und es geht generell um das Leben. Um das Leben in der Avenue Q. Um seine Bewohner und deren Probleme. Deine Freundin hatte einen Unfall. Wie geht es Ihnen? Na ja, hier ist im Krankenwagen der Kopf aufgefahren. Die Ärzte mussten jeglich entraschen. Und sie haben die ganze Nacht gebraucht, sie wieder zusammenzutreten. Aber die Problosen sind ganz gut. Es ist halt das einzige Stück, was es in der Form gibt, so mit Handpuppen. Und deswegen ist das natürlich schon sehr speziell und sehr besonders. Und es macht großen Spaß, das spielen zu dürfen. Und es macht großen Spaß, das spielen zu dürfen. Also es ist kein Kinderstück, was es natürlich vermuten lässt, wenn man diese süße kleine Maus hier sieht. Also für Kinder ist es vielleicht eher nichts. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr unterhaltsames Stück. Und ja, also ich finde für jeden, der ein gutes Schiffbuch Humor verträgt, ist das was. Was? Soll ich nicht? Soll ich nicht? Soll ich nicht? Soll ich nicht? Ich denke mal, ich bin mit mir.